Höher, breiter und vor allem schwerer. Die Gerätschaften für den Einsatz im Wald werden immer gigantischer. Und somit auch die Spuren, die sie im Wald hinterlassen. Das hat auch Auswirkungen auf das Wachstum der Bäume. Auf dem Wood Industry Summit der Ligna ist die Sicherung nachhaltiger Forstwirtschaft ein wichtiges Thema. Professor Labelle von der TU München erforscht seit Jahren die Belastung von Waldböden durch Forstfahrzeuge. Die schweren Maschinen verursachen nicht unbedingt Schäden, aber trotzdem greifen sie in die Natur ein und hinterlassen Spuren, deren Ausmaß sehr unterschiedlich ist. Es gibt eine Menge Werkzeuge, mit denen wir diese Spuren begrenzen können. Und ich glaube, darauf müssen wir uns konzentrieren. Wir müssen das von der guten Seite sehen. Diese Maschinen wird es immer geben. Und wir brauchen sie, um effizient, sicher und produktiv arbeiten zu können. Der Wood Industry Summit zeigt Lösungen für diese und weitere Herausforderungen auf. Damit die Produktivität der Industrie auch weiterhin gewährleistet bleibt, müssen zum Beispiel Waldflächen besser erschlossen werden. Für Professor Jäger von der Universität Freiburg bedeutet das vor allem eine qualitative Veränderung. Denn häufig sind die bestehenden Wege historisch gewachsen und nicht auf heutige Bedürfnisse ausgelegt. Wir bräuchten einen guten Weg statt drei mittelmäßigen Wegen. Und das ist unser Problem. Wir haben eine hohe Wegedichte, aber nicht unbedingt eine hohe Erschließungswirkung bei diesen Wegen. Und da müssen wir noch was tun. Auf einem guten Weg sind schon die Preisträger des Deutschen Holzbaupreises. Ihre zukunftsweisenden Projekte mit dem Rohstoff Holz sind dieses Jahr im Rahmen des Wood Industry Summits mit dem Deutschen Holzbaupreis geehrt worden. Wegen ihrer Umweltfreundlichkeit und der Schonung begrenzter Ressourcen. Abschluss der Preisverleihung und mittlerweile gefeierte Ligner-Tradition der Zimmerer-Klatsch. Wir steigen auf, gerüst hinauf. Frühmorgen zum Halbsechster stehen wir auf, stehen wir auf. Und steigen auf, gerüst hinauf. Darum aufgestaut, ist Gerüst gebaut. Und auf seinen Kammerat vertraut. Holz, Herr! Untertitelung des ZDF für funk, 2017